Hallo und herzlich willkommen bei unserem Autoladen. Ich bin der Ben und ich habe heute einen wundervollen Audi A3 für euch. Wir haben in der Mitte 13er Zulassung erst 70.000 gelaufen und ich möchte euch heute einfach mal kurz den Zustand des Fahrzeugs zeigen. Die Ausstattung habt ihr wie immer unter dem Video in der Infobox mit dem Link zur Mobile, da könnt ihr alles in Ruhe nachlesen. Und heute soll es wie gesagt darum geht, dass wir uns den Zustand angucken. Wir haben einen schönen Pflegezustand, keine großen Kratzer, Bollendellen am Auto, wirklich minimalste Gebrauchspuren vorne wie immer beim gebrauchten Auto, ein paar kleine Steinschläge, aber nichts gravierendes, nichts auffallendes. Die Aufstellung ist echt schick. Wir haben einen Xenon-Scheinwerfer, eine schöne Aluminium-Leichtmetallfelge und auch im Innenraum sind wir hier gut dabei. Wir haben den ausfahrbaren Bildschirm, wir haben das schöne Automatikgetriebe S-Tronic verbaut. Die Sitze, die Seitenwangen, die haben keine Kratzer, da sind keine Stücke rausgebrochen oder irgendwelche Risse drin. Das schaut alles ordentlich und vernünftig noch aus, wie gesagt für das Alter und auch die Polsterfarbe in guter Pflegezustand. Hinten haben wir auch ein schönes gepflegtes Fahrzeug vorzufinden hier. Ich finde für die Fahrzeugklasse mit genug Beinfrei, das passt alles soweit. Und ja, wie gesagt, eine Kompaktklasse, Kofferraumvolumen. Hier hinten, finde ich, kriegt man der Größe entsprechend echt ordentlich was mit. Wir haben hier unten einen doppelten Ladeboden und dann für euch die abnehmbare Hängerkupplung. Das heißt, wenn jemand einen Hänger ziehen will, ist er bei dem Auto auch genau richtig. Das kann man hier mit schön darstellen und auch die Rückleuchten hier in der LED-Technik gehalten. Das schaut alles gut aus. Wie gesagt, ein paar kleine Gebrauchsspuren finden wir überall. Ist kein neues Auto, das erwartet doch keiner bei einer Laufgleichung von 70.000 und einem 13er Baujahr. Aber dem Alter entsprechend ein guter Zustand vom Lack. Das schaut alles vernünftig aus. Wie gesagt, ist er kein neuer. Aber ich hoffe, ich konnte bei euch das Interesse für das Fahrzeug wecken. Wenn das der Fall sein soll, dann ruft uns gerne an. Unter der Woche von 9 bis 18. Am Wochenende von 10 bis 14 sind wir erreichbar. Wir rechnen euch für den gerne eine Finanzierung. Man hat euch eine optionale Gebrauchtwagen-Garantie drauf. Unternehmt euer altes Auto und Zahlung. Dreht aber uns alles aus einer Hand. Braucht ihr nicht zu 100 an Leuten fahren. Man kommt einfach her. Wir machen alles für euch. Da wünsche ich euch ein schönes Wochenende. eine schöne Woche, je nachdem man das Video schaut. Und bis zum nächsten Video. Ciao.